Menschen aus der Kurpfalz. Der Podcast von Kurpfalz erleben. Namen, Geschichten und Wissenswertes aus unserer Region. Präsentiert von CoS Klima, GBG Wohnungsbaugesellschaft Mannheim und ARME, die Akademie für Motivation, Entwicklung und Erfolg. Mit Norbert Lang. Unser heutiger Studiogast ist in Heidelberg für das Thema Marketing zuständig. Das müsste, so denkt man wohl, ein easy Job sein. Denn es kommen so oder so viele Millionen Menschen jedes Jahr nach Heidelberg. Und zwar aus aller Herren Länder. Herzlich willkommen, Matthias Schiemer. Schiemer war's echt, der Heidelberger. Ganz war's echt. Das macht den Job einfacher, oder? Wenn man die Stadt liebt, in der man geboren ist, in der man lebt oder gelebt hat lange Zeit. Ist es so? Nee, ist eben nicht so. Man will ja seinen Lebensabend hier verbringen. Und es wird einem alles, bekannt wie ein bunter Hund, wird einem alles dann später nachgetragen. Also von daher hat man die Verpflichtung, ist noch größer als Heidelberger. Fällt aber vieles leichter, weil man eigentlich Heidelberger ist und weiß, wo auch, sagen wir mal, der Schuh drückt. Ja, jetzt habe ich es natürlich ein bisschen vereinfacht in meiner Anmoderation. Easy Job. Ist es ein easy Job, da die Menschen ohnehin zu Ihnen kommen? Man muss auch eine Marke stützen. Und die Stadtmarketings, und das habe ich schon 2018 im Springer Verlag in einem Buch wiedergegeben, die Stadtmarketings sind nicht dafür da, noch mehr Gäste zu bringen. Die Stadtmarketings müssten eigentlich jetzt mal endlich dafür Sorge tragen, ihre Städte auch manchmal so ein bisschen zu schützen. Ja, und es sind einfach die Strukturen, die verändert werden müssen. Bei uns ist in Heidelberg noch nie dran gedacht worden, einen Busparkplatz zu errichten, obwohl wir schon Jahrzehnte die Busse empfangen wollen. Und das führt oftmals zu Unmut, auch berechtigter Unmut bei den Heidelbergern, aber im Grunde auch bei den Gästen, weil, wie gesagt, es gibt nichts Schlimmeres später, wenn der Gast sagt, Heidelberg ist eine wunderschöne Stadt, aber da braucht er nicht hin. Das ist ja Wahnsinn, was dort abgeht. Das wollen wir nicht. Ihr habt doch gar keinen Platz für einen Busbahnhof. Ja, wir haben schon Platz und da sind wir jetzt gerade dabei, aber da gibt es dann auch wieder Widerstände. Das ist wie die Stadtbahn, wenn die gebaut wird, bitte nicht neben meinem Haus, aber ich fliege dann natürlich übermorgen genauso in Urlaub. Und das ist natürlich das Problem, das ist diese gewisse Doppelmoral. Nochmal, das soll nicht mit dem Fingerzeig auf jemanden sein, aber wir müssen als Heidelberger schauen, weil die Gäste werden trotzdem kommen. Und wir können keinen Tagestourist abhalten, wir können uns nicht auf die Autobahn stellen und dann sagen, so, die Stadt ist heute voll, das geht nicht mehr, wir müssen die Infrastrukturen verbessern. Das ist ganz, ganz wichtig, weil ich möchte für die nächsten Jahrzehnte Heidelberg so belassen, wie es eigentlich ist, romantisch, schön und will es nicht verkommen lassen mit irgendwelchen Souvenirshops, mit billigen, wir wollen so bleiben, natürlich mit einer gewissen Veränderung, mit der Modernität, was wir jetzt auch gerade im Konferenztand noch machen, aber wir müssen da wirklich ran an die Sache. Jetzt hat sich Heidelberg ja in den letzten Jahren, Jahrzehnten deutlich verändert. Thema Bahnstadt, es hat ein S&P-Dom mittlerweile, eine große Veranstaltungshalle. Also erkennen Sie, Herr Heidelberg, Ihre Jugend noch? Ja, ich erkenne sie noch. Es hat sich natürlich vieles verändert. Früher hatten wir so über den Winter, hatten wir unser Heidelberg für uns. Da sind wir dann mit der Freundin aufs Schloss und, und, und. Das ist heute ein bisschen anders geworden. Es gibt wenige Freizeiten noch, also der Tourismus geht fast durchgängig. Aber auf der anderen Seite hat sich, und da rede ich jetzt als Heidelberger, nicht als Geschäftsführer von Heidelberg Marketing, es hat sich jetzt vieles auch modernisiert. Ja, wir haben die Bahnstadt, die größte Passivhausliedlung der Welt. Aber auch das Moderne mit dem Alten, diese Mischung, ich sage immer der Biedermeier-Schrank neben dem USM-Schrank, das passt. Und wir brauchen auch Jobs, wir brauchen diese ganzen Start-ups. Die Leute wollen in Heidelberg bleiben, wir haben doch so einen schönen Song, Ich habe mein Herz in Heidelberg verloren. Ja gut, wenn er es dann verloren hat, dann braucht er einen Job. Wie soll er denn bekommen, wenn wir nicht mit der Zeit mitgehen? Und nochmal, die Altstadt bleibt die Altstadt und wir bleiben so schön. Und die Ruine, jeder Stein, der abfällt, macht das Ganze noch interessanter. Und von daher haben wir jetzt unser modernes Heidelberg und diese Mischung, eine Wissenschaftsstadt, die muss pulsieren. Und wir haben 40.000 Studenten und sind auch froh, gerade jetzt, wo wir hören, dass Mangel ist überall an Arbeitskräften, dann müssen wir diese Leute auch halten. Mit bezahlbarem Wohnraum, ganz klar, das ist schwierig. Ja, weil auch die Bahnstadt ist sehr, sehr, sehr teuer geworden. Aber das ist, wie gesagt, die Herausforderung und die müssen wir stemmen. Sonst haben wir nämlich ein Problem. Jetzt sind Sie geboren, ich habe es vorhin ja angedeutet, waschechter Heidelberger in Ziegelhausen. Ziegelhausen, sehr beschaulicher vor Ort, sehr schön gelegen. War so auch Ihre Kindheit? Ja, aber das ist heute immer noch so. Ich sage es ganz ehrlich, ich wohne immer noch in Ziegelhausen. Da ist viel familiäres dabei. Meine Kinder sind dort aufgewachsen, obwohl ich verschiedene Stationen hatte. Nicht in Heidelberg, waren wenige, aber die waren weit weg. Und dementsprechend war mir immer wichtig, dass die Familie in Heidelberg, in Ziegelhausen aufwächst. Großstadt ist schön, aber wir sind gerne in unserem beschaulichen Ziegelhausen. Und wenn ich abends nach Hause fahre, fahre ich eigentlich jeden Abend in Urlaub. Ja, ein Stück weit ist es so in Ziegelhausen, kann ich bestätigen. Sie haben die Fachhochschulreife im zweiten Bildungsweg gemacht. Warum nicht im ersten? Ja, ganz einfach so. Ich habe eine Ausbildung, eine ganz tolle Ausbildung bei der BASF gemacht. Ja, und da konnte ich alles, dann feilen, sägen und alles miteinander, Verfahrenstechnik und, 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 was alles mitspielt. Und wie es dann so ist, dann verdient man erstmal ein bisschen Geld, dann will man sein Auto finanzieren, weil das ist im Grunde damals noch Luxus gewesen. Und dementsprechend, dann kommt einem auf einmal wieder als junger Mensch, na ja, aber es wäre doch schön, wenn ich jetzt weitermache, dann habe ich auch ein bisschen Berufserfahrung. Und, ja, und dann kam im Grunde alles ganz anders. Und es ist schön, wie es geworden ist. Und von daher, ich bereue keinen Schritt. Und ich sage immer, und das wissen wir ja selber, mein Sohn ist angehender Schreinermeister, ein anderes Bauingenieur. Also ich bin froh, dass er den Weg gegangen ist. Er hat auch einen Anlauf nochmal gebraucht und hat sich entschieden und geht dem Handwerk entgegen. Und ich freue mich so, weil er geht in die richtige Richtung. Was genau haben Sie da gelernt dann? Ich nehme an, es war die BASF. Das war ganz normal Chemikant damals. Ja, okay. Und, also, ich weiß auch, wie gesagt, was hat das Arbeiten ist. Eine Zwölfstundenschicht, ja, von morgens um sechs bis abends um 18 Uhr, dann 24 Stunden frei. Aber die Versuche, die Prozesse gehen halt auch über die Nacht. Wir waren im Versuchslabor, L540, vergisst man auch nicht. Also nochmal, ich möchte keinen Tag missen, ja, und später sagt man dann irgendwann, und das ist in der Station, die ich danach hatte, such dir einen Job, den du liebst und du musst nie mehr wieder arbeiten. Das ist wirklich meine Devise. Und ich gehe gern morgens in die Arbeit und ich gehe gern meinen Job nach und mit Menschen zu arbeiten, es gibt nichts Schöneres. Ja, ich glaube, ich stelle es mir unheimlich schwer vor. Ich meine, ich bin jetzt Journalist, auf der anderen Seite von Ihnen stehend. Mir gefällt mein Beruf, mir hat er immer gefallen. Ich stelle mir es wirklich schwer vor, Menschen zu erleben, die ungerne morgens ihren Job machen und eigentlich nur darauf warten, dass irgendwann Feierabend ist. Ja, das ist, im Grunde geht es doch um das, gerade in meinem Job. Wir bauen die Stadthalle um, wir haben das Konferenzzentrum, nach 25 Jahren Diskussion, sagen wir mal, jetzt vervollständigt. Es geht nicht darum, es wird ja nicht wegen mir ein Konferenzzentrum gebaut. Es war ein langer Prozess und nur ich bin der Meinung, am Tisch diskutieren, da können die Festen fliegen, auf eine gesunde Art, nicht unter die Gürtellinie, aber dann bitte irgendwann mit einem Resultat nach draußen. Und ich wäre auch damit klar gekommen, wenn es damals geheißen hätte, kein Konferenzzentrum, wenn der ganze Gemeinderat vehement gesagt hätte, kein Konferenzzentrum, dann ist das so in der Demokratie. Und wenn eine Stadthalle umgebaut wird, ja, dann gibt es immer Menschen, die sagen, nein, das brauchen wir nicht oder das oder jenes. Aber bitteschön, jetzt haben wir auch noch einen Sponsor, der uns über 40 Millionen Euro gibt. Jetzt noch mehr, wichtiger nach der ganzen Pandemie und allem, was wir da gerade weltweit erleben. Ich sage immer, wir sind so auf einer Wohlfühlinsel. Wir müssen diskutieren, ja, und der Denkmal und alles miteinander wird in dieser Stadthalle auch belassen. Aber bitte eine Lösung, wenn man die Tür rausgeht. Ob die dann jedem passt? Ich muss auch irgendwann mal eine Sache verlieren. Aber in der Demokratie muss ich dann trotzdem weiterhin mitmachen. Darf nicht eingeschnappt sein und morgen gewinne ich wieder irgendeinen Punkt. Und das ist eine gesunde Demokratie bei mir. Hilft da ein bisschen das Kurpfelser naturell? Wir sind ja eigentlich alles Menschen, die direkt sind, sehr direkt, aber dann hinterher trotzdem eine Schorle trinken. Na, sagen wir es mal so, ich wusste 2015, auf was ich mich eingelassen habe. Und das ist nicht schlecht. Nochmal, ich bin Heidelberger. Aber uns geht es doch eigentlich so gut. Wir haben Mäzene, die uns Kliniken sponsern, Kernspindapparate und, 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 alles vom Besten. Und wir sind manchmal trotzdem, wir diskutieren manchmal wirklich um Dinge, wo es in anderen Ländern gar keine Diskussion, weil sie gar nicht das haben, was wir haben. Ja, natürlich muss man diskutieren, das muss schön werden danach, und, und, und. Aber ich glaube, jetzt haben wir es bewiesen mit dem Konferenzzentrum. Da sind wir erst mal noch in der Zeit. Wir sind sogar bis heute im Budget. Und von daher, gerade nach einer Pandemie und nach der Ukraine-Sache, die jetzt immer noch läuft und die Pandemie ist ja auch noch nicht rum. Also von daher, toi, toi, toi. Es geht auch miteinander. Wir erleben das gerade. Und die Stadthalle wird auch schön. Und ich glaube, dann freuen wir uns einfach, wenn sie aufgemacht wird für unsere Künstler. Und das hat mich immer so ein bisschen frustriert mit der Diskussion und mit Petitionen. Die Künstler wollen wieder auftreten. Und da ist unsere Pflicht als Gemeinschaft, macht das Ding endlich fertig, sind dankbar, dass es Mäzene gibt, die uns das Geld überweisen. Und da sind wir wirklich sehr dankbar. Und das ist doch was Schönes. Wenn Sie, welche Frage ich mir häufig stelle, wo wären wir hier in der Region ohne die Hops, Lauten, Schlägers und wie sie alle heißen? Wir hätten weder den Topsport, den wir jetzt haben, wir hätten weder diese Veranstaltungshallen, die wir haben. Glauben Sie, dass jetzt jedem klar ist? Oder manche schauen halt, es entsteht, schönes ist da, Punkt. Ich finde es immer ein bisschen traurig, wenn es dann gesagt wird, ja, die Reichen können sich alles erlauben. Das ist für mich ganz, ganz komisch. Also ich sage, wenn es um Gesundheit geht oder Sonstiges, nimmt man es gerne an. Und wenn es dann ums Kulturelle geht, dann ist auf einmal, dann wendet sich das Blatt. Und nochmal, die reden nicht rein. Sie geben das Geld und sagen, tut was Gutes. Und wie gesagt, also ich finde es manchmal, diese Kommunikationskette ein bisschen verschoben. Ja, als Sie es angesprochen haben, Sie haben bei der BASF gelernt, sind Sie denn handwerklich begabt? Sie haben ja dann lange Jahre nichts mehr gemacht. Na ja, sagen wir es mal so, es hat sich ein bisschen besser entwickelt. Ich will jetzt auch nicht sagen, also ich bin ein großer Freund von Oldtimern, da wird auch geschraubt. Da kann man auch mal eine Lichtmaschine noch selber ausbauen. Das geht heutzutage im Auto nicht mehr. Aber es wäre jetzt vermessen zu sagen, ich habe also jetzt diese handwerklichen Fähigkeiten. Ja, aber meine Söhne machen das gerade besser. Man sieht auch, da wächst eine ganz andere Generation ran. Ich brauche immer noch die Anleitung, wenn ich irgendein technisches Gerät kaufe und dann kommen die Jungs und sagen, Papi, gib mal her. Und dann wird das kurz programmiert und dann ist es innerhalb von fünf Minuten fertig. Ich würde wahrscheinlich dann immer noch dran sitzen. Es ist eine andere Generation und genau das meine ich auch in dem Stadtmarketing. Wir haben jetzt das neue Destinationsleitbild gemacht. Ich habe junge Leute mit reingenommen in die ganze Phase. Es geht im Grund, ich will jetzt mich nicht abschreiben mit 55, aber es geht jetzt um die nächsten Generationen, um die Jugend. Und auch diese ganzen Veranstaltungsstätten, wo wir jetzt unterstützen in Heidelberg. Welche Stadt gibt 300.000 Euro Förderprogramm, dass Jugendliche wieder feiern können, dass sie Räume bekommen. Ich finde es toll. Das setzen wir uns auch dran, auch als Heidelberg Marketing, die Nachtbürgermeister, die Jugendvertreter. Die Jugend ist jetzt gefragt. Natürlich auch die Expertise von uns Alten vielleicht ein bisschen dazu. Ganz abschreiben darf man weißhaarige Männer nie. Sollte man nicht, weil es ist im Grunde unfair. Und von daher ein Miteinander, aber fertig machen für die nächsten Generationen. In Heidelberg geboren, aber was macht man, wenn man BWL studieren will? Man geht natürlich nach Mannheim. War das so der Wunsch, BWL dann zu studieren? Und Mannheim ist ja nun bekannt dafür. Naja, BWL ist halt, wie gesagt, breit gefächert. Volkswirtschaft oder alles, was damit zu tun hatte. Man hat natürlich auch in einer Entwicklung eines Menschen, hat man dann bei BWL später dann noch die Möglichkeit, breit gefächerter in die Arbeitswelt zu gehen. Und das hat ja im Grunde ganz gut geklappt. Obwohl ich immer sage, und da bin ich auch ganz ehrlich, das Weiterkommen und das Weiterempfehlen. Ich hatte einmal Glück bei meinem ersten Job. Da habe ich mich einfach nur beworben. Weiß ich noch. Hat hier angefangen in der Augustenanlage. Im Augusta-Hotel werde ich auch nie vergessen. Jedes Mal, wenn ich vorbeigefahren bin, vor kurzem ist da ein neues Hotel reingekommen. Ist mir gleich aufgefallen, dass die blauen Jalousien weg sind. Nach über 20, 25 Jahren. Und dementsprechend. Und dann macht man sich seinen Namen. Und dann wird man weitergereicht positiv. Also auch von der Seite her. Irgendwann ist das Studium gar nicht mehr so wichtig. Dann ist der Mensch gefragt. Ist er gut? Ist er nett? Kann er was? Und ich gehe mal davon aus, sonst hätte es bei mir nicht so geklappt. Das ist keine Angabe. Aber ich wurde dann weitergereicht. Und ich bin froh, dass es so gekommen ist. Und bin dankbar. Dankbar auf jeden Fall. Bei meiner Recherche, da habe ich festgestellt, nach Ihrem Studium, haben Sie zunächst als Werbeleiter gearbeitet. War das dann im Hotel? Nee, das war nicht im Hotel. Das war für Pernorica, einer der größten spirituosen Unternehmen auf der Welt. Okay. Und die haben, wie gesagt, den Werbemann gesucht für Orangina. Ein Produkt, das neu auf dem deutschen Markt war. Und ich hatte keine Ahnung von der Sache. Ich war ganz frisch runter. Und ja, und die suchten aber jemanden. Und das war mein Glück. Es gab 200 Bewerber und einer wurde genommen. Ich wusste es am Anfang noch nicht. Heute noch dankbar. Und die suchten jemanden, der, wie gesagt, nicht vorbelastet, nicht schon mal ein anderes Produkt vermarktet hatte und, und, und. Das hatte ich schon in den Gesprächen gemerkt. Und irgendwann saß ich dann, ich habe im Arbeitsamt gearbeitet. Und dann hat der Herr Kappen, hieß er damals, weiß ich noch, hat dann angerufen, hat er gesagt, sitzen Sie fest. Dann habe ich gesagt, ja, Sie haben den Job. Und dann ging es alles seinen Weg. Und da war ich dankbar. Ich habe keine Ahnung davon gehabt. Ich habe nur erzählt, was ich mit dem Produkt machen würde. Und habe mich einfach nur beworben, weil mir das Produkt gefallen hat, Orangina. Ich kannte es aus dem Urlaub. Und mit diesem Produkt, das hatte ich damals schon erfahren, für mich selber, da kann man vieles mit machen. Und das haben wir gemacht. Und die Kontakte, die ich hatte, die waren nicht schlecht. Und habe das Produkt mit, natürlich immer wieder mit einem Team, groß rausgebracht. Erzählen Sie doch mal, was haben Sie gemacht, das Orangina? Sie waren ja auch ein junger Mensch damals noch, mit vielen Ideen wahrscheinlich. Ich habe im Grund, das war eine Mischung zwischen Außendienst und zwischen Marketing. Natürlich fängt man dann erst mal in seiner Heimat an. Ich weiß noch, der leider jetzt verschorbene Dr. Wellensick, da war damals schon, der war ja die ganze Zeit bei dem Heidelberger Tennisclub, eine große Nummer. Und da hat er mir damals die Chance gegeben, habe ich mit Orangina, da habe ich Anke Huber das erste Mal kennengelernt, haben wir das mal alles vollgepflastert mit Orangina. Verschiedene andere Veranstaltungen haben wir gesponsert. Später dann RTL-Veranstaltungen in Leipzig und, und, und. Ich habe dann immer auch wieder, und das gebe ich halt auch immer meinen Jungs weiter oder auch jungen Leuten, Kontakte, 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 Networking. Mir haben Leute geholfen, die mich gut kannten. Die haben wiederum gute Kontakte gehabt. Ich kam bei AMG Mercedes zur DTM rein. Die haben sogar ein vergleichbares, ich sage das Produkt jetzt nicht, aber es gibt ein vergleichbares, großes Produkt aus Amerika, aus Atlanta. Das wurde entfernt und ich wurde reingenommen bei AMG, bei der DTM mit meinem Produkt. Und so kam das Ganze, es war in eine Spirale. Dann kam RTL mit seinen Boxkämpfen. Dann haben wir noch Havanna Club dazu geführt, weil die Spirituosengruppe, die hat ja viele Produkte. Und dann sind wir europaweit sogar darum gegangen, durch die DTM sind da überall mitgegangen, obwohl ich eigentlich nur für Deutschland eingestellt war. Und da habe ich aber auch schon, wie gesagt, oftmals, und den Weg gehe ich heute noch, ich sage immer, keine Visitenkarten nur sammeln auf einer Messe oder auf einer Veranstaltung, sondern pflegen. Von 100 kann ich keine 100 pflegen am Anfang. Such dir welche raus und pfleg die. Oder ruf einmal deinen Kontakt an, ob er noch durchaus lebt und nicht erst, wenn du was von ihm brauchst. Und so ist das Ganze gekommen. Mercedes Motorsport, damals war noch Norbert Haug etc. Das waren Dinge, die vergisst man auch nie. Und so ist das Produkt weitergekommen. Und dann kam RTL. Ja, ich wollte gerade sagen, das Produkt ist nicht alleine weitergekommen, sondern Sie ja auch. Sind das dann Wechsel gewesen? Wir können gleich über RTL sprechen. Aber sind das jeweils Wechsel gewesen, wo andere auf Sie zukamen oder wo Sie sich aktiv beworben haben? Oder hat sich das einfach durch dieses Network ergeben? Das ist wie immer im Leben. Am Anfang müssen Sie hart arbeiten, dass Sie irgendwo reinkommen. Und wenn Sie dann drin sind und haben ein gutes Produkt, und es war ein gutes Produkt heute noch, dann werden die Leute aufmerksam. Dann sind die Begehrlichkeiten da. Und das ist wie mit jedem Marketing-Tool. Wenn die Begehrlichkeiten da sind und es ist bei jedem neuen Produkt, das Sie einführen, es müssen Begehrlichkeiten geweckt werden. Und wenn die Begehrlichkeiten da sind, dann sagt man auch, wer ist denn dafür zuständig? Und dann bekommen Sie auf einmal Anrufe von Veranstaltungen, wo Sie am Anfang nur davon geträumt haben. Und das sind so die Dinge. Und die haben wir dann weitergeführt mit sämtlichen anderen Produkten, Ramazotti, Havanna rum. Also es hat Spaß gemacht. Dann kam der Alkohol noch mit dazu. Was nicht heißt, dass Alkohol jetzt glücklich macht. Aber es war eine schöne Mischung. Und dementsprechend hat man dann zum Schluss bei AMG im Pressezelt, hat man, glaube ich, 15 Produkte von Panorica. Und alle waren glücklich. RTL. Das ist dann ein großer Sprung gewesen. Also ein Fernsehstudio ist nichts Neues für Sie? Nein, das ist nichts Neues. Wir bauen auch gerade ein schönes Studio im neuen Konferenzzentrum. Es war ein neuer Abschnitt, ja. Was haben Sie denn dort gemacht, genau? Ich habe Event und Sponsoring geleitet. Das hat angefangen bei IB Deutschland. IB Deutschland ist der hundertprozentige Tochter gewesen von RTL für alle Werbezeiten verantwortlich. Ja, und dann ging es nach Köln. Ich sage immer lustig, Entwicklungshilfe in Köln. Ja, und es war eine schöne Zeit. Es waren zwölf Jahre verantwortlich. Es hat angefangen mit Big Brother, mit Boxveranstaltungen Sven Ottke, Axel Schulz. Ja, alles wie gesagt, die Klitschkos und, und, und. Also es hat Spaß gemacht. Dann kam das Skispringen dazu. Wir haben aus dem Skispringen damals was Tolles gemacht, weil man kannte ja noch von ganz früheren Zeiten, da gab es eine Kameraeinstellung, da hat man gesehen, so ungefähr, wie weit er fliegt. Auf einmal kamen wir von RTL und haben da ganz andere Kameras eingebaut, so wie dann später auch in der Formel 1, die eigentlich so schnell fahren wie ein Formel-1-Fahrzeug. In Hockenheim hat man das immer schön gesehen, auf der Rennstrecke. Ja, und dann kam Superstar, Supertalent, alles Dinge, die ich miterleben durfte in ihren ersten Zeiten. Ich habe mich auch von vielem distanziert später, nach meiner RTL-Zeit, weil es dann doch ein bisschen anderes Format wurde. Aber selbst Big Brother, wo wir 2000 das eingeführt haben, es war was anderes. Das hatten wir von Endemol übernommen. Und ja, es war interessant. Und auch da, jeder Tag war ein anderer. Und wie gesagt, gerade die Formel 1 auch. Also das ist, wenn Sie die Entwicklung dann so sehen, auch mit Michael Schumacher etc. Es waren schöne Jahre. Ich möchte keinen Tag missen. Die Familie konnte ab und zu dabei sein. Ich war aber viel unterwegs. Ich war fast nur unterwegs. Und habe Heidelberg nur sehr selten gesehen, wenn die Koffer umgepackt wurden. Da war es dann irgendwann grenzwertig. Aber es scheint so, wenn man sich Ihre Biografie anschaut oder zuhört, was Sie erzählen, dass der ständige Wechsel ein Wegbegleiter war Ihres ganzen beruflichen Lebens. Naja, das war kein ständiger Wechsel. Ich kann dann zum Schluss, und hoffentlich kommt es dann so, ich möchte eigentlich meine letzte Station als Heidelberg Marketing abschließen, wenn dann der Aufsichtsrat so möchte. Und dementsprechend waren es dann die Stationen. Klar, wenn man jetzt die Ausbildung mal abzieht, dann waren es drei Stationen mit Heidelberg vier. Das ist ein ganzes Arbeitsleben. Das ist eine Beständigkeit. Ich bin gerne längere Zeit im Unternehmen. Ich bin nicht einer so zwei Jahre da, ein Jahr dort. Also ich bin gerne in einem Unternehmen, weil sich damit zu identifizieren, finde ich wichtig. Da gehöre ich noch zu der Generation. Ja, wie wenn es meins wäre. Und so sehe ich es auch in Heidelberg. Ich kann es nicht vermessen sagen, es ist mein Heidelberg. Aber in mancher Hinsicht schon. Ich habe die Verantwortung jetzt, die habe ich übertragen bekommen. Einstimmig damals, wo ich sehr stolz war. Das ist auch selten, dass alle Fraktionen, wie gesagt, gestimmt haben, weil das waren meine Vorgaben. Ich wollte nicht einfach kommen, weil ich irgendjemanden da kenne. Ich wollte, wenn ich gewollt bin, dann komme ich. Ja, dann sonst hätte es keinen Grund gegeben. Ich möchte gewollt sein. Es gibt ja viele Menschen, die diesen Beruf gelernt haben bei einem Weltunternehmen. Der Beruf war ja auch zu meiner Zeit, wir sind ja fast gleich im Jahrgang, war es ja immer toll, wenn du da eine Ausbildungsstelle gekriegt hast, dann bist du auch ein ganzes Leben geblieben, 40 Jahre, weil wenn man bei der BAS hilft, dann bleibt man auch bei der BASF. Bereuen Sie das heute, dass Sie dann doch immer weitergemacht haben, neue Ziele gesucht haben, neue Ziele bekommen haben, auch von anderen? Nee, das gar nicht. Also wie gesagt, Ausbildung war für mich eine fundierte und das war damals sehr gut, weil man bei der BASF einen Ausbildungsplatz bekommen hat. Das ist auch, die BASF tut sich da richtig reinhängen. Gut, das sind jetzt schon ein paar Jährchen her, das war 1984, aber ich glaube heute immer noch und das sind einige Investitionen für ein Unternehmen und was man da alles durchläuft und und und, also von der Werkstatt über das Labor, über Großverfahrenstechnik, über die Produktion und das vergessen Sie auch ein Leben lang nicht. Und das ist mir ganz wichtig und dann glaube ich, und dann der zweite Bildungsweg, dann geht man wieder raus und dann muss man sich aber irgendwann entscheiden. Das ist glaube ich heute immer noch so, weil es gibt ja manche, die brauchen dann Leben lang sich zu entscheiden. Das sollte man dann irgendeinen Weg einschlagen. Bei mir war es das Marketing, die Flasche Orangina und dann sind drei Buchstaben draus geworden, später dann zu Wirt und dementsprechend dann nach Heidelberg. Sie sind aber ein Mensch, glaube ich, der machen will, der etwas bewirken will, denn Sie sind ja auch Mitgliedinnen oder waren teilweise Mitglied, Boardmember Heidelberg Club International, was gibt es noch alles, Boardmember Burgenstraße, Heidelberger Kulturkongress, gehen wir halt in Vollzeit jetzt logischerweise, aber Sie waren ja nicht, Sie waren ja auch in anderen Dingen noch aktiv, nicht nur in Ihrem eigenen Berufsfeld. Ja gut, es läuft dann, weil wie gesagt, wir sind ja auch und ich vertrete ja auch gerade im Marketing und das ist auch nichts Neues. Ich habe mal auf meinem Schreibtisch habe ich einen alten Reiseführer, da steht schon damals drin, besuche auch das Umland. Also es ist nichts Neues, was wir eigentlich auch mit Mannheim machen, mit meiner Kollegin Frau Strahonier. Dementsprechend bin ich natürlich Burgenstraße, da sind wir im Vorstand, die Bergstraße, alles im Grundflächen um Heidelberg herum in dem Moment, wo wir auf jeden Fall auch unterstützen müssen, unsere Gäste auch da hinbringen müssen, weil was will ein Gast eine Woche lang in Heidelberg, darf ich als Heidelberger ja sagen, das ist das Positive, wenn man Heidelberger ist, dann darf man vieles sagen, was andere, wenn ich jetzt Kölner wäre, dürfte ich das über Heidelberg jetzt nicht sagen. Aber was will ich jetzt eine Woche in Heidelberg, wenn ich da Urlaub mache? Da muss ich auch mal ins Umland, da muss ich nach Schwetzingen gehen, auf einen wunderschönen Platz, aufs Schloss. Dann gehe ich nach Weinheim, dann gehe ich die Bergstraße entlang. Jetzt gibt es E-Bikes, gab es früher nicht. Also wenn man jetzt sieht, was auf dem Königstuhl morgens um zehn sonntags los ist, jetzt kommt jeder mit dem E-Bike hoch. Gut, es hat auch wieder negative Seiten, aber ich sage nur, die Möglichkeiten heutzutage, das Land zu entdecken, um Heidelberg rum, die müssen nur abends wieder in unsere wunderschönen Hotels gehen. Ob das eine Pension ist oder Fünf-Sterne-Haus, aber die kommen wieder zurück. Aber das Erkunden, die mehrtägige Reise, was auch im Nachhaltigkeitsprozess ja da ist im Destination zu erbieten, da muss ich den Leuten was bieten. Und ich war gerade gestern mit dem Hermann Leyer zusammengesessen, gestern Abend, wir sind sehr gut befreundet. Ja, und wenn es schlechtes Wetter ist, heißt das nicht, dass man nur beim schlechten Wetter ist im Museum, aber dann gehen wir noch in die Badewelt und kommen abends wieder zurück mit der S-Bahn. Es geht alles, man muss nur wollen. Aber ist das nicht insgesamt das, was die Metropolregion ja beim Startschuss auch schon gesagt hat, dass man enger zusammenarbeitet, dass man die Region verbindet miteinander, was meines Erachtens nicht immer so geschehen ist in der Vergangenheit. Ja, das sage ich auch immer. Man hat es immer morgens im Radio Regenbogen gehört, Metropolregion Rhein-Neckar. Ja, genau. Da, wo ich angefangen habe 2015, da gab es dann schon manchmal, wo ich mich gefragt habe, naja, es geht noch besser, nicht nur reden, sondern auch tun. Genau. Deshalb haben wir auch ganz schnell, und das ist mir natürlich gut eingespielt, weil meine Geschäftsführerkollegin und Frau Strauern ja da auch 2015 angefangen. Wir ticken da gleich und sind da gleich zusammengekommen. Bei mir gibt es keine Grenze auf der Autobahn, aber früher gab es das. Das war immer so ganz komisch, wenn der Gast aus Heidelberg raus ist. Ich glaube, da hat man Angst gehabt, der kommt nie mehr wieder. Ja, und heutzutage läuft das anders. Ich arbeite mit Schwetzingen zusammen. Wir haben jetzt ein tolles Magazin rausgebracht, der Oberbürgermeister und alle miteinander. Also nochmal, wir sind stolz, was wir da haben. Es ist nicht nur geredet, sondern auch in die Pfalz rüber. Warum soll man nicht in die Pfalz gehen? Ist doch nicht schlimm. Auch wenn wir auch guten Wein haben in Heidelberg. Wir haben ein Weindorf eröffnet während der Pandemie. Alles Dinge einfach mitnehmen. Das hat nicht jede Region. So ein waschechter Heidelberger, an der er in Köln lebt, und ich habe auch eine Zeit lang in Köln gelebt, mir hat die Stadt nicht besonders gut getan und gefallen hat sie mir auch nicht. Was haben Sie denn vermisst dort? Naja, oftmals die Familie. Da fängt es schon mal an. Ja, dann haben sie, wie gesagt, eine Zweitwohnung am Friesenwall. Ich wollte mitten rein. Ich habe da gute Bekannte gehabt. Die haben mir dann geholfen. Vermisst habe ich wenig, weil ich war ständig, ich hätte auch meine Wohnung in Köln vermieten können. So leer war die gestanden. Aber ich wollte nicht im Hotel wohnen oder sonst wo. Ich wollte schon, ich brauche meine eigenen vier Wände. Ja, auch wenn ich abends mal kurz daheim bin und, und, und. Wir waren da auch, da hat Erika Berger noch gelebt. Da haben wir abends, wie gesagt, gerade um die Ecke rum. Dann waren wir abends beim Italiener. Da wurde man dann gut aufgenommen. Aber vermisst habe ich eigentlich Familie und Heidelberg irgendwann immer stärker nach zwölf Jahren. Ja, aber so war ich nur unterwegs. Also ständig. Als der Sprung zurückkam nach Heidelberg, war der bewusst von Ihnen so, dieser Plan vorangetrieben worden? Oder ist man wieder auf Sie gekommen? Nein, da wollte ich zurück nach zwölf Jahren. Und wenn Sie zwei Söhne haben, etc., dann kommt natürlich auch noch die gleiche Frau. Wir sind jetzt 32 Jahre verheiratet. Also es klappt auch noch in der Generation. Auch wenn ich bestimmt manchmal nicht einfach bin. Meine Frau auch nicht. Also von daher, wir passen zusammen. Dann passt es immer gut. Das sind zwei Alpha-Tiere. Da muss ich auch mal krachen. Wenn es nicht kracht, da stimmt was nicht. Und dementsprechend, ja, irgendwann war es dann genug und dann wollte ich nach Hause. Und das hat auch gut geklappt mit den Kontakten, die ich jetzt wieder hatte. Ja, und ins Hohenloge. Und da habe ich die Chance bekommen und bin Heidelberg schon sehr nah gekommen. Und ja, das war dann wieder ein schöner Schritt. Bereue es aber auch nicht. Ja, und dementsprechend hat es alles gut funktioniert. Haben Sie einmal durchgeatmet, als Sie dann die Position angetreten haben? Jetzt bin ich wieder zurück in meinem Heidelberg und dann auch noch in einer Position, in der ich etwas bewirken kann. Nein, ich bin schon heute noch stolz wie Harry. Ja, das ist ganz einfach. Es ist wirklich, ich sage immer, es ist wie so eine Berufung. Die Verantwortung zu wissen, was man hat. Ich gehe da nicht irgendwie leichtsinnig morgens rein. Ich glaube, man sieht es auch. Das Schönste ist, wenn viele Leute sagen, man muss immer aufpassen, dass es nicht so angabemäßig rüberkommt. Aber wenn Leute auf der Straße auf einem zukommen, gute Freunde, die auch nicht nötig haben, sich anzulügen und sagen, hey, seit du hier bist, da hat sich einiges bewegt. Das ist auf der einen Seite gut. Aber wenn sich viel bewegt hat, ist die Verantwortung noch größer. Man könnte auch ein bisschen ruhiger sein. Das ist nicht meine Art. Das kann manchmal ein bisschen lauter sein, weil wir möchten was bewegen. Ja, mit anderen zusammen, nicht ich alleine. Ich bin auch ein Mensch, wo immer sagt, bei jeder Präsentation, ich bin niemand. Auf der Visitenkarte steht zwar Geschäftsführer. Ich sage manchmal lustig, ich bin der Häuptling. Aber bei uns sind bei der Heidelberg Marketing die Hierarchien so flach, so was von, weil ich wirklich verdrehte, die beste Idee kann der Auszubildende haben. Da können wir noch ewig rumdiskutieren am Tisch, wenn einer reinkommt. Wenn der Auszubildende reinkommt und hört dann zu, dann kann der auf einmal sagen, das ist auch schon passiert, warum machen wir das nicht so und so? Und dann stehen wir da, ja, ist es. Und diese Kultur, und das nehme ich mir jetzt mal wirklich auf meine Kappe, seit sieben Jahren pflegen wir die und dementsprechend, ja, das macht Spaß. Ich muss ja morgens auch gern reinkommen. Und es geht nicht nur um die Mitarbeiter von mir, es geht auch, wie gesagt, um mich. Und wenn jeder gern reinkommt, ich glaube, dann haben wir ein schönes Arbeitsklima. Und wir haben keine Fluktuationen, keine großen. Die Leute kommen, wenn Leute schwanger sind, wenn Frauen schwanger sind, die kommen wieder zurück. Ja, und ich frage immer, gehen Sie wegen mir, wenn jemand geht? Nein, es ist das Private. Es ist eine Veränderung im Leben. Aber nicht, weil der Chef so schlimm ist oder sonst was. Nochmal, es gibt immer Dinge zu diskutieren. Unter die Gürtellinie nie. Aber kommt die Tür rein, meine Tür steht immer auf und so arbeiten wir. Tag ein Tag aus. Wenn Sie mal wieder eine Position frei haben, dann rufen Sie mich an. Gerne. Wir können uns dann. Wir suchen zurzeit auch noch Leute, aber von daher, ja. Ja, da unterhalten wir uns dann an anderer Stelle mal. Sie haben ja zwei große Ziele genannt. Ein Kongresszentrum soll ja in diesem Jahr eröffnet werden. Die Stadthalle dann im nächsten Jahr. Jetzt sind Sie Mitte 50. Das heißt, Ihre Arbeitszeit wird noch ein bisschen dauern, voraussichtlich. Es sei denn, Sie gehen im Vorruhestand. Gibt es da noch Visionen oder Ideen, die Sie unbedingt verwirklichen wollen in den nächsten Jahren? Also erst mal bin ich dankbar, wenn ich dann mein Rentenalter erreiche, gesund. Das ist immer das Wichtigste. Ja, das ist auch mein Lebens, meine Einstellung. Ja, weil das kann von heute auf morgen, ich habe das selber, wie gesagt, in der Familie, das kann manchmal sehr schnell sich verändern. Und ja, und jetzt machen wir das Konferenzzentrum Ende des Jahres fertig. Ja, also nochmal, Ukraine-Krieg, Pandemie und wir sind trotzdem noch im Zeitplan und wir sind trotzdem noch im Budget. Also da kann man schon sagen, wir haben eine tolle Baufirma, die GGH, BSG. Das ist ein Miteinander, auch da schon seit fünf, sechs Jahren. Wir haben einen ganz anderen Bauprozess gehabt. Ich habe es ganz anders aufgezogen, die Entwicklung vom Konferenzzentrum, obwohl ich kein Profi war, aber ich komme aus dem Veranstaltungssegment und habe mir dann gesagt, das muss von innen nach außen geplant werden. Normalerweise ist es andersrum. Es kam uns jetzt zugute. Und von daher, ja, jetzt machen wir das Ganze, muss es richtig vermarktet werden. Die Verantwortung ist da. 110 Millionen ist ein großer Schritt für so eine Stadt. Auf der anderen Seite ist es aber auch eine Herausforderung für alle in Heidelberg. Heidelberg wird jetzt so Kongressstadt. Die Nachhaltigkeit wächst. Der Gast bleibt länger. Aber es ist noch einiges zu tun und das ist jetzt meine Aufgabe mit einem tollen Geschäftsführerkollegen bei der Heidelberger Kultur und Kongress GmbH, nicht bei Heidelberg Marketing. Und da, wie gesagt, mit dem Herr Sande zusammen, der aus Wiesbaden kommt, der hat schon mal ein Konferenzzentrum eröffnet. Das kriegen wir hin. Tolles Team hinten dran. Also auch die gleiche Nummer wie bei Heidelberg Marketing. Miteinander geht's. Dann wünsche ich viel Glück bei diesen Aufgaben, die noch kommen. Viel Spaß vor allen Dingen noch die nächsten Jahre und darf mich herzlich bedanken bei Ihnen für den Besuch im Studio. Dankeschön. Danke auch. Das war Menschen aus der Kurpfalz. Präsentiert von COS Klima, GBG Wohnungsbaugesellschaft Mannheim und ARME, die Akademie für Motivation, Entwicklung und Erfolg. Mehr zu sehen und zu hören gibt es auf der Heimat-App kurpfalzerleben und unter kurpfalzerleben.de Bis zum nächsten Mal.